Im Sommer 2018 gelang einem Forschungsteam der NASA etwas Sensationelles. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern war es gelungen, Bakterien direkt an Bord der ISS, der Internationalen Raumstation, in einem Test zu identifizieren. Aber außer Krankheiten warten noch mehr große Risiken auf die Astronauten und Astronautinnen im Weltall. Die drei heftigsten jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Und herzlichen Dank für euren Themenvorschlag auf Whatsapp und herzlich willkommen! Platz 3. Die Schwerelosigkeit Die Menschen sind nun mal eigentlich nicht für ein Leben im Weltall geboren und das zeigt sich schon an den Folgen der Schwerelosigkeit für den menschlichen Körper. Nicht umsonst müssen Astronauten und Astronautinnen nach ihrer Reise ins All erst einmal wieder lernen auf der Erde zu laufen. Kein Wunder. Denn obwohl jeden Tag Krafttraining auf dem Programm steht, geht die Rückenmuskulatur im All um etwa 20% zurück. Und das schon nach ein paar Monaten. Kurios klingt auch erst einmal, dass die Hälfte der Astronauten und Astronautinnen auf der ISS an Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule leidet. Und das obwohl der Rücken ja entlastet wird. Und der Rücken ist nicht das einzige, das durch die Schwerelosigkeit in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn das Blut im Körper verteilt sich und die Flüssigkeitsmenge verringert sich. Viele Astronauten und Astronautinnen leiden unter einem Blutandrang im Kopf. Denn der Mechanismus, der auf der Erde dazu führt, dass das Herz gegen die Schwerkraft arbeitet und das Blut in den Kopf befördert, gerät durch die Schwerelosigkeit im All gehörig durcheinander. Das zeigt sich an angeschwollenen Schleimhäuten, die sich nach einer fiesen Erkältung anfühlen. Deutlich wird das aber auch noch einmal nach der Rückkehr der Teams auf die Erde. Sie können sich tatsächlich zunächst nur kurz aufrecht halten. Denn dann werden Gehirn und Kopf zu wenig durchblutet und sie werden unmächtig. Platz 2. Kosmische Strahlung Auf Platz 2 ist die kosmische Strahlung, die man als Astronaut oder Astronautin im Weltall abbekommt. Denn kein Raumschiff dieser Welt kann diese gefährliche Strahlung so gut abhalten, wie es die Atmosphäre, die Ozonschicht und das Magnetfeld der Erde tun. Auf der ISS ist das weniger ein Problem, weil das Erdmagnetfeld einiges davon bereits weiter außen abhält. Mars-Missionen, die demnächst anstehen, würden aber auch bedeuten, dass die Besatzung eine große Strahlendosis abbekommt. Und fest steht, sie kann das menschliche Gewebe und Nervenzellen tatsächlich schädigen, da sie die Aluminiumhülle des Raumschiffes durchdringt. Medizinteams befürchten, dass die Strahlung direkt auch Auswirkungen auf die Astronauten und Astronautinnen haben könnte. Beispielsweise könnte die emotionale Stabilität und die Reaktionsfähigkeit, die könnten beide nachlassen. Aber auch das Krebsrisiko steigt durch die Strahlung. Forschungsteams weltweit sind dabei, Medikamente zu entwickeln, die die Wirkung der kosmischen Strahlung abfedern könnten. Beispielsweise indem die menschlichen Zellen strahlenresistenter gemacht werden. Platz 1. Menschliches Versagen. Auch wenn dieser Punkt vielleicht erst einmal nicht auf der Hand liegt, landet er doch auf Platz 1. Das zeigen Statistiken ganz deutlich. Zwei von fünf amerikanischen Raumfeeren waren abgestürzt und das nur, weil die Verantwortlichen bei der NASA dachten, dass die bekannten Probleme nicht so dramatisch seien. Ein schlimmer Irrtum. Ein weiteres Beispiel. Apollo 13. Hier konnte die Besatzung noch gerettet werden. Doch das ist bei Marsflügen ja schon fast ausgeschlossen. Denn die Erde als sicherer Hafen ist viel zu weit entfernt. Menschen machen Fehler und wir sind eben alle nur Menschen. Und wenn ihr jetzt an künstliche Intelligenz als Lösung für das Problem denkt, muss ich euch hier enttäuschen. Denn selbst eine KI kann nicht jede gefährliche Situation richtig einschätzen und angemessen reagieren. Geschweige denn abschätzen, was die Menschen an Bord in Zukunft für Fehler machen werden. Umso wichtiger ist eine gute Arbeitsatmosphäre und ein Team, das zusammen funktioniert. Das hilft auch dabei eine Art Lagerkoller an Bord auszuschließen. Denn das kann man sich sicher vorstellen. Im Weltall gibt es keine Privatsphäre oder nur eine sehr geringe. Noch schlimmer also als im Büro oder Betrieb, wenn man den ganzen Tag auf seinen Arbeitskollegen abhängen muss. Und jeder hat so seine Gewohnheiten, schmatzen beispielsweise oder aber immer denselben Witz erzählen. Und anders als wir es von der Erde kennen, kann man eben nicht mal schnell nach draußen gehen und durchatmen. Und die Reise mit der ISS ist ja nun auch mal nicht von kurzer Dauer ganz im Gegensatz zu einer möglichen Marsmission. Mehrere Monate wäre man dann unterwegs und die Astronauten hätten auf dem Weg erst einmal nicht so viel zu tun. Hier müssten also auf jeden Fall Räume geschaffen werden, die zumindest ein wenig Privatsphäre möglich machen. Denn auch wenn sich Schlägereien in der Schwerelosigkeit eher schwierig gestalten, würden Streitereien und Feindseligkeiten einer guten Atmosphäre im Weg stehen und dann im schlimmsten Fall auch zu menschlichem Versagen führen. Die fundamentale Bedeutung der Raumfahrt draufklicken, anschauen und natürlich die Neugierzone abonnieren. Bis dann, bleibt dran!